Yo, hey Joe und ich wollte mich nur ganz kurz bewerben für dein CheckMyChannel. Ja, was kann ich groß dazu sagen? Ich bin Let's Player, mache aber auch andere Videos, aber es geht in meinen Videos eigentlich ausschliesslich um Games. Was meine Spezialität in den Games ist, also jedenfalls in Online-Games, Shootern und so, wirst du dann am Channel-Designer sehen. Da habe ich auch schon Tipps dazu gegeben für Battlefield, falls du das kennst und so. Ja, mal schauen und ich mache das natürlich nur, um mehr Abonnenten zu bekommen. Ne, Spaß natürlich nicht. Ich interessiere mich wirklich deiner Meinung, wie du meinen Channel findest und so, weil ich denke, ich habe sicher noch ein paar Fehler im, am Channel halt, ja, dran. Äh, PS, kannst du meinen Namen sagen, wie man ihn wirklich ausspricht, weil ich komme aus der Schweiz. Würde mich mal interessieren. Ähm, ja, das war's mit meinem CheckMyChannel. Ähm, mit meiner CheckMyChannel-Bewerbung, besser gesagt. Und ich hoffe, dir gefällt mein Channel. Ich hoffe, dir gefällt mir. Ich hoffe, dir gefällt dir. Ich hoffe, dir gefällt mir. Das war's mit meinem CheckMyChannel. Wir haben jeden Tag so, dass ich mich das Vanuelt verasteicy und nachdem, Ich hoffe, dir gefällt dir. Und ich hoffe, dir reporting mich. Ich hoffe, direncia die Ansp inc boredom.